Servus miteinander, ich bin der Tobi, ich bin fränkischer, erster fränkischer Witzemeister und dazu noch jüngster. Und ich trete natürlich jetzt auch gegen alle anderen an, möchte natürlich auch bayerischer Witzemeisterin. Mal zum Einstieg einen kleinen Witz. Naja, der Rektor kommt in die Schule und kommt ins Klassenzimmer und der Lehrer sagt, schauen Sie mal, Herr Rektor, das ist mein Klassenzimmer, sagt er, wunderschön, ja, und so viele kleine Waggler, na schön, ne, und dann geht er zum Ersten hin, sagt er, was ist denn das, sind das Drillinge da, sagt er, ja, ja, Herr Rektor, das sind Drillinge, na schön, und wer bist denn du? Ich bin der, ich bin der, ich bin der, bin der Tommy Neubauer. Der Tommy Neubauer, na schau an, na so putzig, und wer bist denn du? Ich bin der, ich bin der, ich bin der, ich bin der Karli Neubauer. Der Karli Neubauer, ja, einmal frei, na schön, und wer bist du? Ich bin der Justin Neubauer. Hä? Wer bist du? Der Justin Neubauer. Ja, Justin, warum hast du nicht so eine tiefe Stimme? Ja, meine Mutter hat nur zwei Brüste gehabt, dass sie mich mit einem kalten Bier aufzogen. Also ich dämpfe frei, wenn er für mich abstimmt, auf www.witzemeisterschaft.de. Natürlich könnt ihr auf Facebook auch einige Videos von mir sehen. Dämpfe frei, wenn er für mich abstimmt, viele Grüße, Servus.